Auch im Rahmen der schriftlichen Kommunikation mit Studierenden oder KollegInnen gibt es verschiedene Möglichkeiten trans-, inter- und nicht-binäre Personen den universitären Alltag zu erleichtern. So können Sie in E-Mails an mehrere Personen verschiedene geschlechtsneutrale Formen der Anrede statt dem traditionellen sehr geehrte Damen und Herren wählen. E-Mails an KollegInnen. Wenn Sie zum Beispiel eine E-Mail an KollegInnen schreiben, haben Sie im Deutschen folgende Möglichkeiten. Liebe KollegInnen, liebe alle, liebes Team. E-Mails an MitarbeiterInnen einer anderen Einrichtung. Ähnlich können Sie auch bei einer E-Mail an MitarbeiterInnen einer anderen Einrichtung verfahren. Hier bietet sich besonders folgende Optionen an. Sehr geehrte MitarbeiterInnen von Name der Einrichtung. Sehr geehrtes Team von der Name der Einrichtung. E-Mails an TeilnehmerInnen einer Lehrveranstaltung oder eines Workshops. In einer E-Mail an die TeilnehmerInnen einer Lehrveranstaltung oder eines Workshops können Sie wiederum Formulierungen wählen, die an die jeweilige Zielgruppe angepasst sind. Liebe Studierende, liebe TeilnehmerInnen, liebe InteressentInnen, E-Mails an Einzelpersonen. Ebenso bietet es sich an, in E-Mails an Einzelpersonen, deren gewünschte Anrede Ihnen nicht zuvor persönlich mitgeteilt wurde, auf die Verwendung von geschlechtsbedürfischen Anreden zu verzichten. Seitdessen empfiehlt sich die Verwendung einer neutralen Grußformel, gefolgt von Vor- und Nachnamen der Person oder einer passenden Personenbezeichnung. Letzteres bietet sich besonders bei automatisierten E-Mails an. Beispiele hierfür sind guten Morgen, Tag, Abend, Vorname, Nachname, S-Punkt, G-Punkt, Vorname, Nachname, sehr geehrt, Vorname, Nachname, sehr geehrt X, Vorname, Nachname, liebe BenutzerIn. Wenn Grußformeln auf den Genderstern oder X enden, ersetzen diese Endungen etwa geschlechtsspezifische Endungen. Bei der Verwendung von Vornamen auf automatisch generierten Anmeldelisten oder in universitären E-Mail-Adressen sollten Sie jedoch bedenken, dass Sie nicht unbedingt mit den gewünschten Namen Ihrer StudentInnen übereinstimmen müssen. Im Zweifelsfall sollten Sie immer den Namen verwenden, den die betreffende Person in der Interaktion mit Ihnen verwendet. Denn gerade bei trans-, inter- und nicht-binären Personen kann es aufgrund der rechtlichen Situation vorkommen, dass Ihr gewünschter Name nicht mit Ihrem Eintrag in universitären Datenbanken übereinstimmt. Sollten Sie unbeabsichtigt den falschen Vornamen verwenden, korrigieren Sie sich einfach in der nächsten E-Mail. Sollte Ihnen die Anrede der Person bekannt sein, können Sie diese natürlich weiterhin verwenden. Bei vorangestellten Titeln wie ProfessorIn oder DoktorIn bietet es sich an, zuvor nachzuschauen, wie die Person diese in Ihren im Internet zugänglichen Biografien verwendet. Im Englischen. Auch im Englischen bietet es sich an, auf eine geschlechtsspezifische Anrede zu verzichten, wenn Sie nicht wissen, welche Anrede die Person bevorzugt. So schreiben Sie in diesem Fall einfach Dear First Name Last Name oder Hello First Name Last Name. E-Mail-Signaturen. Eine weitere Möglichkeit, wie Sie trans-, inter- und nicht-binären Personen Wertschätzung zuteilwerden lassen können, ist die Angabe von Pronomen und gewünschter Anrede in Ihrer E-Mail-Signatur. Der Vorteil solcher Signaturen liegt dabei darin, dass die EmpfängerInnen der E-Mail sofort ablesen können, wie eine Person angesprochen werden möchte. Dies erleichtert auch die Kommunikation für alle anderen Personen und beugt Missverständnissen vor. Möglichkeit 1. Angabe unter Ihrem Namen. Die schlichteste Möglichkeit hierfür ist, die einfache Angabe von Pronomen und Anrede unter Ihrem Namen. Beispielsweise Dr. Sophie Wybrough, M.A. Pronomen sie ihr, she her, or they them. Anrede Frau bzw. Pers, Miss bzw. Mix. Möglichkeit 2. Mit Rückfrage. Über eine einfache Angabe von Pronomen hinaus können Sie die Signatur auch nutzen, um die angeschriebene Person zu bitten, Ihnen Ihre Pronomen und Anrede mitzuteilen. Bitte verwenden Sie im Deutschen die Anrede Frau oder Pers und die Pronomen sie ihr. Teilen Sie mir bitte mit, wie Sie angesprochen werden möchten. Möglichkeit 3. Mit Erklärung. Sie können sich auch für eine erklärende Variante entscheiden. Die Geschlechtsidentität von Menschen ist weder über Aussehen noch über Namen verlässlich abzuleiten. Gerne können Sie mir mitteilen, wie ich Sie ansprechen darf. Meine Pronomen sind Sie ihr, bitte verwenden Sie die Anrede Frau oder Pers. Bei Postsendung. Bei Postsendung ist es ebenfalls nicht notwendig, Frau oder Herr zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen einfach den Vor- und Nachnamen und gegebenenfalls den Titel der Person, gefolgt von Ihrer Adresse. Beispiel Alex Musterperson, Universitätsplatz 3, 8010 Graz. Universitätsplatz 3, 805 GmbH im Bereich Kupfer, auch von Kerne, Wettbewerb in der Arbeitszeiten die Ablöderung in der Asphalt 3. Ich habe mich zur Verfügung und habe, dass die Anreterung im Bereich, wo du an die Anrede und dough in der Manfredsatz Award�le, die auch für eine Anrede und angetée Anreterung ist. Die Anrede und Anrede und die Anrede und die Anrede oder Anrede, Entschlange auf Pentor, sind die Anrede und die Anrede. Bein, wenn Sie, die Anrede und die Anrede und die Anrede und die Anrede und diese